Und Beine rechten. Okay, so wird es immer mal in die Richtung gehen. Okay, und Nächste. Das ist ganz ruhig, um hier warm zu stehen. Auch das bisschen schon, das ist schon zu viel. Das muss noch korrekter aufrecht stehen, kommt hoch. Und dann. Seht ihr, wo der Po hingeht? Der geht hier einen halben Meter in die Mitte. Der muss direkt am Pferd bleiben. Und das ist eigentlich nur passiert, weil du dich aufgeregt hast. Wenn du so absprichst und dann das Bein aufmachst, dann geht der Po. Und das hast du gemacht genau. Versuch mal wirklich gerade rüber zu springen, mit der Hüfte über deine Hände rüber zu kommen. Anpassen. Jetzt versuchst du mal hier direkt hoch nach vorne. Wo ist dein linker Arm? Du bist neben dem Griff, oder? Spring mal einfach nur in die Spitze. Gerade hoch. Gerade hoch. Jetzt das Bein übernehmen. Aber der Ansatz war jetzt schon besser. Du musst aber noch viel mehr gerade rüber kommen. Du merkst, dass mit deiner Handbrech nicht hier ist. Da hast du eigentlich gar keine Chance da vor zu kommen, ne? Okay. Und ordentlich abgehen. Und der nächste. So. Ne. Das ist doch schon gut. Du solltest mal einmal probieren, wie es so ist. Das ist auch ein Kalt. Dann kannst du einfach aufstehen. Dann kannst du einfach aufstehen. Dann kannst du einfach aufstehen. Hochspringen. Dann kannst du einfach aufstehen. Genau. Dann kannst du einfach aufstehen. Dann platzen wir vorne ab. Das Pläne geht hoch. Das Pläne geht hoch. Jetzt ist es recht. Dann kannst du nicht mehr aufstehen. Nie noch ausstehen, wenn sie mir drinnen. Dann immer mal da hinfüllen. Dann machen wir da hinfüllen. Jetzt versuche ich, dass du hochspringst und in die Sitzung zurückkriegst. So. So. Achso, ich wusste ja nicht, dass das noch ausländische Anstrengung ist. Das war schon ganz gut. Jetzt hast du noch ein bisschen die Schulklassen weggedreht. Aber im Prinzip ist das schon gut. Aber es muss halt immer viel, viel schneller sein, ne? Noch viel mehr drin. Willst du noch einmal probieren? Bisschen fester drin? Ja. Ja. Das ist einfach zu trainieren. Wir können ja mal auf dem Boden versuchen, einfach richtig zu springen. Und zwar, dass man wirklich die Puhspitzen anzieht und richtig, dass man nach oben geht. Dass ihr fest seid und nach oben. Springt halt. Ah, springt. Puhspitzen. Das sieht halt alles noch so ein bisschen so aus. Und das muss fester sein. Der Kontakt zum Boden ist. Puhspitzen. Zack. Zack. Genau. Genau. Und so muss sie auch schön. Also. Einfach kein Tempo. Cool. Vielen Dank.